Lieber Robin aus der Zukunft, du sitzt jetzt gerade vor deinem Computer in Unterhose und schneidest wieder irgendwelche Videos. Und wir machen den ganzen Haushalt. Denk mal drüber nach. Wirklich. Wir holen jetzt Brötchen. Für euch alle. Ja. Für alle. Und Wurst. Und was machst du? Denk-Memes. Nicht mal das. Nicht mal das. Guckt sich wahrscheinlich nur reguläre Memes an. Fühlt sich nicht mal schlecht dabei. Und die Kranken schickt da los. Den Hirnkranken. Genau, das war gerade mein Hirn was Gutes. Huuu.